Eine verzweifelte Familie sucht jetzt Hilfe auf der Hauptwache. Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger ermittelt gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer. Was können wir denn für Sie tun? Was ist passiert? Erzählen Sie mir. Ich bin eingebrochen in der Wohnung, wurden Sachen entwendet, unter anderem auch die Kette, die ist ganz wichtig, die brauche ich unbedingt wieder. Bei der Frau handelt es sich um die Angestellte eines Juweliers. Sie hatte die kostbare Kette zur Reparatur mit nach Hause genommen. Die Tochter macht sich große Vorwürfe. Sie fühlt sich für den Diebstahl verantwortlich. Und das stand offen? War das denn vorher auch schon offen? Ich bin zum Sport gegangen am Nachmittag und ich habe das Fenster aufkippt gelassen. Ich habe vergessen, es zuzumachen. Aufkippt gelassen. Und mein Handy habe ich es auch in meinem Zimmer gelassen. Ich nehme das nicht zum Sport. Ist das auch weg? Ja, das finde ich es auch weg. Ja, das Handy habe ich Ihnen noch extra geschenkt vor ein paar Wochen noch. Da ist eine Kette weg. Wo war die Kette denn? Die Kette lag im Wohnzimmer auf dem Tisch. Im Wohnzimmer. Hui, 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 auf dem Tisch. Was hat die für einen Wert? 20.000 Euro. Oh, das sind vier, ja. Die wollte ich reparieren, also heile machen. Mein Chef weiß auch Bescheid, dass ich die mit hatte. Die Einbruchs- und Einbruchsdiebstahlquote schwankt ständig. Wir haben mal erfolgreiche Zeiten, dann geht sie wieder ziemlich stark nach oben. Dann werden Sonderkommissionen gebildet. Das hat meistens große Erfolge. Aber das kann man jetzt im Moment nicht sagen. Die stagniert nicht, das schwankt, geht hoch und runter. Also ein Handy ist weg? Was war das denn für ein Handy? Die Ermittler brauchen detaillierte Angaben, um das Diebesgut im Falle eines Fundes eindeutig zuordnen zu können. Auch ein Laptop und das Radio der Tochter wurden entwendet. Hier, da ist der Laptop und auch das Radio. Das sieht man nicht ganz so genau, aber hier. Alles klar, das kann man gut erkennen. Das ist ein Laptop. Und die beiden Teile sind auf jeden Fall auch weg. Ist sonst noch was aufgefallen, das weg ist? Nein, wie gesagt, das geht doch. Da müssen wir noch mal ganz genau nachschauen. Ja, die lag auf dem Tisch. Ich weiß es ja. Ja, aber ich glaube, der Dieb hat auch nicht so viel Zeit gehabt. Also, es sind ja nur die Affen weg. War das Handy denn an? Ja, ich glaube schon. Ja, das war an. Bist du denn auf dem neuesten Stand der Technik mit Handys? Nee. Aber ich habe da extra so eine Wieschleif auf. Ach, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Die Kriminalisten bitten den Schwiegervater um die Zugangsdaten für die App. Damit können sich die Ermittler im Online-Account anmelden und den Standort des gestohlenen Handys ausmachen. Wenn Sie jetzt runtergehen am Wachraum, unten gibt es einen sogenannten Zettel, das ist die Liste für alle gestohlenen Gegenstände. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir Seriennummern haben, Typbezeichnung haben. Und wenn Sie dann auch noch Rechnung haben, wäre es auch ganz gut, da steht nämlich alles drauf. Das ist für die Fahndung für uns ganz wichtig, falls die Dinge irgendwo anders auflaufen. Wenn Sie genau feststellen möchten, was alles entwendet worden ist, machen Sie das bitte, nachdem wir da waren, nachdem die Spurensicherung da war. Ja, Sie müssen ja auch in Schränke gucken und Dinge verändern. Und das darf jetzt erstmal nicht passieren. Ja, machen Sie hinterher. Ah, die Kette, die brauche ich unbedingt wieder, ja. Ja, wir werden alles Mögliche machen, wir werden jetzt unsere Maßnahmen treffen. Nur, tun Sie uns einen Gefallen, am besten helfen Sie, als wenn Sie jetzt nach Hause gehen und das alles aufschreiben. Wir kommen ja gleich. Wir wissen jetzt, um die Wichtigkeit dieser Kette wissen wir jetzt, ne? Das ist klar. Okay? Ja, okay. Prima, vielen Dank. Ach, und Leni, komm. Bringst du sie runter? Ja, ja, okay. Auf der Internetseite der App wollen die Kripo-Beamten das Signal des gestohlenen Handys orten. Eine Fotofunktion macht es zudem möglich, ein Bild des aktuellen Handybesitzers und mutmaßlichen Diebes aufzurufen. Sag mal, ich werde mal über dieses Handy-Safe, werde ich mal versuchen, da reinzugehen. Da bin ich ja schon ganz gespannt. Ja, das ist ein Spiel. Komm, das ist dein Job, mach mal. Niendorfer Straße 24. Niendorfer Straße 24. Und das Heiße an diesem Handy-Safe ist ja, wenn der Typ das erste Mal das Handy benutzt, löst das ein Selfie aus. Ja, ja. Der ist drauf. Guck dir das an, das ist nicht wahr. Da habe ich einen Riesen-Sprung gemacht. Tust du dir mal einen Gefallen? Ja, sehr gerne. Gehst du mal unter Geschäfte rein oder irgendwie Adressen rein, Niendorfer Straße 24. Wer da wohnt? Wir hatten ja vor dem Selfie die Ortung Niendorfer Straße 24. Und mein Kollege hat dann sofort recherchiert, was in der Niendorfer Straße 24 sich befindet. Und hat herausbekommen, das war ein Gebrauchtwarenladen. Und der Besitzer war ein Herr Quick. Und dann ist die Recherche bei uns über Polers Inpol, dass wir natürlich über Herrn Quick nachfragen und dann auch gleich herausbekommen, was Herr Quick in der letzten Zeit gemacht hat. Der hat einen Aktenzeichen vor uns. Was hat er denn? Ja, Hans-Peter Quick, 21.2.63. Aber der wohnt nicht in der Niendorfer Straße, sondern wohnt hier in der Felser Straße 3. Felser Straße 3. Aber guck dir das Foto an. Ja, ja. Identisch. Identisch von dem, was wir auf dem Selfie haben. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Tatort fahren, gucken wir uns erstmal die Niendorfer Straße an. Wir haben zu der Firma erst, ne? Niendorfer Straße, würde ich mal sagen. Wollen wir zu der Firma. Vielleicht finden wir da eine. Die Kriminalisten vermuten, dass der Inhaber des Gebrauchtwarenladens gewerblich mit Diebesgut handelt. Wir bitten Sie einfach, gehen Sie nach Hause, füllen Sie Ihre Liste bitte aus. Sie sind für uns viel, viel wichtiger und wir kommen zu Ihnen. Okay. Bitte. Vielen Dank. Nichts verändert. Wir fahren jetzt raus. Weiß Bescheid. Das ist ja... Riesenglück haben, dann finden wir da sogar einiges, ne? Ja. Ich hab dir schon begeben, ja. Ein erster Ansatz ist der verdächtige Gebrauchtwarenhändler. Den wollen die Ermittler zu dem Diebstahl vernehmen. Die Kripo-Beamten wissen nicht, ob der Mann zur Flucht ansetzt oder ob er gewaltbereit ist. Um sich einen Eindruck von dem Verdächtigen zu machen, wollen sie sich zunächst als Kunden ausgeben. Ist hier Hausnummer 24? Ja, das ist der Leib. Ja, das können wir direkt vor der Tür packen. Ja, das ist ja geil. Oh, mal gucken hier. Das ist gerade, glaube ich, kein Kunde drin. Ist keiner drin? Boah, gucken, was er in der Auslage hat hier. Neue, alte Sachen. Ja, lass uns überraschen. Guten Tag. Sieht da ein bisschen... Ist hier keine Klingel? Hallo. Hey, Hans. Ja. Guck mal, was da steht. Das ist das Teil. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, das wird ja schöner. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Womit kann ich Ihnen helfen? Wir interessieren uns für so ein schickes Handy da. Können wir das kaufen? Ja. Wo haben Sie das denn her? Ja, das habe ich gerade ein paar Sachen angekauft hier. Sie haben es angekauft? Ja, ja, klar. Die Kriminalkommissare geben sich zu erkennen und machen dem Geschäftsinhaber klar, dass er des Diebstahls verdächtigt wird. Der Mann bestreitet die Tat jedoch. Trotz ihrer Befragung bemerken die Ermittler plötzlich eine Person im Hintergrund. Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Mein lieber Freund, was ist das denn? Hände auf Rücken, Hände auf Rücken! Sonst tut's weh. Ganz friedlich, kleiner Typ. Ganz friedlich. Wir sind Bullen, oder was? Wir sind Bullen, ja. Polizei, Duisburg. Die bestohlene Familie ist den Polizisten gefolgt. Bei einer Leibesvisitation des jungen Mannes stellen die Ermittler die wertvolle Kette sicher. Der Täter ist der Mutter und ihrer Tochter bekannt. Hey, was war so ein Teil von der? Das ist die Kette, wo kommt das her? Was machst du? Das ist die Kette. Wo kommt das her? Du hast das klappt. Nein, 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 nein. Bleiben Sie mal zurück jetzt. Bleiben Sie bitte zurück. Wie kannst du mir einfach Schluss machen? Deine Bitch, Mann. Ja, ich bin froh, dass sie mit den Schluss gemacht hat. Ja, dass sie den Neboden schon mal selbst kann. Ja, ich bin mal geschlossen jetzt. Jetzt glaube ich nicht, dass sie stattfindet. Das hat so eine ist, das hätte ich auch nicht gedacht. So, der hat mir gewaffen. So, der hat mir ganz scheiß hier. Im Nachhinein betrachtet scheint mir das gar nicht so ein hartgesottener Kerl zu sein, den wir da festgenommen haben. Ich würde da eher als einen ziemlich weichen Burschen bezeichnen. Ich vermute, das hat einfach was mit Liebeskummer zu tun. Das ist ein hübsches Mädchen, die war eine ganze Zeit zusammen. Die hat ihm einen Laufpass gegeben und damit wird er wohl nicht fertig. Ich glaube, deshalb hat er das in erster Linie getan. Er wollte ihr irgendwie wehtun. Herr Quick, erzählen Sie mal rüber. Kennen Sie den jungen Mann? Kennen Sie ihn hier? Der hätte ich echt nicht gedacht, ey. Hey, was? Herr Trulich. Was hältst du denn jetzt hier? Du hast mir ja schon ein paar Mal ein paar Klamotten hier angeschleppt. Du hast gesagt, du hast das aus dem Internet ganz legal gekauft. Ja, natürlich. Würdest du dich hier in die Scheiße bringen oder was? Sie haben mich hier in die Scheiße. Warum redest du jetzt auf einmal so? Ich glaube, geht los. Wann hat er Ihnen andere Sachen verkauft? Ja, der hat ja schon vor ein paar Wochen kam er auch mit Sachen, Handy und Laptop. Und er sagt, er hat das immer ja steigert im Internet. Der Harbarth hat nicht drauf. Und in Wirklichkeit war auch der Harbarth. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann. Hallo? Ich habe früher mal Scheiße gemacht. Herr Quick, Sie kriegen jetzt den Auftrag von mir, alle Unterlagen, wo er was hier abgegeben hat, mir rauszusuchen. Ja, das kann ich alles raussuchen. Wann war er das letzte Mal hier? Ja, vor 14 Tagen. Ja, vor 14 Tagen. Das lässt sich ja feststellen. Ja, das ist logisch. Sie haben eine ordentliche Führung hier. Ich mache alles ganz legal, wenn ich auch früher mal Scheiße gemacht habe. Aber das ist das Stil von gestern. Hallo? Ich mache alles legal. Der junge Täter wird wegen des Einbruchdiebstahls noch auf der Wache vernommen. Und angezeigt. Sie kommen mit zur Dienststelle? Ja. Da fahren wir jetzt gleich auch hin. Wir werden die Vernehmung durchführen. Und das ist ja das Entscheidende. Das halte ich noch fest. Das ist im Augenblick sichergestellt. Das wird Ihnen aber ausgehändigt. Gut, kriege ich aber eine Garantie wieder, ja? Natürlich kriegen Sie das wieder. Bei so einem wertvollen Teil. Ich bin ja froh, wenn ich das wieder los bin. Ja. So, warten Sie mal. Ich muss glaube, ich darf es wiederholen. Sie werden jetzt mit ihm nicht mehr kommunizieren. Das Thema ist für Sie hier jetzt erstmal beendet. Ihnen wieder. Ja? Auf jeden Fall. Denen wollen wir nicht mehr wiedersehen. Die Mutter wird die Kette wiederbekommen. Sie hat ja über ihr Geschäft auch bestimmt ein Formular, das sie ausweist darüber, dass sie diese Kette haben durfte. Und dann werden wir Sie hier die Kette heute auch wiedergeben. Wir haben den Fall, glaube ich, gelöst, ne? Vor allem das Teil, ne? Danke, danke, danke. Das ist der Job gelettet. Ja, auf jeden Fall. Alles gut, weil die Familie dort... Dann gehen Sie bitte zum Auto und ab geht die Post. Tschüss. Tschüss. Ebenso wie die Kette wird auch das weitere Diebesgut wieder an die Familie ausgehändigt. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017